Prinz Harry wird gedemütigt, als Königin Laetitia von Spanien Michael Douglas auffordert, Harry davon abzuhalten, sich ihr und anderen Promis auf einem Foto beim Atlantia-Mallorca-Festival 2024 anzuschließen. Das Atlantia-Mallorca-Festival 2024 sollte eine mit Stars besetzte Veranstaltung werden, an der die größten Namen aus Unterhaltung, Politik und High Society teilnehmen würden. Im Mittelpunkt des Geschehens stand Königin Laetitia von Spanien, die als Ehrengast für ein großes Foto mit zahlreichen Prominenten der A-Liste posieren sollte. Es kam jedoch zu einem schockierenden Vorfall, als Königin Laetitia-Hollywood-Legende Michael Douglas ausdrücklich anwies, Prinz Harry von der Teilnahme am exklusiven Fototermin abzuhalten. Aber bevor wir fortfahren, abonnieren Sie bitte und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke für Updates. Das Drama spielte sich ab, als der rote Teppich für das glamouröse Event ausgelegt wurde. Prinz Harry, der es kaum erwarten konnte, mit der Glitzerwelt in Berührung zu kommen, versuchte, sich auf dem geplanten Gruppenfoto mit Königin Laetitia, Michael Douglas, Catherine Sette-Jones, Antonio Banderas, Benelope Cruz und anderen Koryphäen einzufügen. Doch als Harry sich dem Bereitstellungsbereich näherte, wurde er unerwartet mit einer streng dranblickenden Königin Laetitia konfrontiert. Entschuldigen Sie, aber ich muss darauf bestehen, dass Sie sich von dem Foto entfernen, sagte Laetitia mit Vorverachtung trief in der Stimme. Dies ist ein privater Moment für mich und meine Mitgäste. Wir benötigen nicht die Anwesenheit des in Ungnade gefallenen Herzogs von Sussex. Harry, der von der unverhohlenen Brüskierung der Königin überrascht war, versuchte, seinen Fall vorzubringen. Aber Eure Majestät, ich hatte gehofft, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und Teil dieses historischen Fotos zu sein, sagte er und brachte so viel Charme auf, wie er konnte. Laetitia hatte jedoch nichts davon. Absolut nicht, antwortete sie mit schmalen Augen. Ihre jüngsten Skandale und Kontroversen haben hier keinen Platz. Ich werde nicht zulassen, dass Sie den Ruf dieser Veranstaltung oder mein eigenes Image schädigen. Michael Douglas spürte die Anspannung, schritt schnell ein und legte eine feste Hand auf Harrys Schulter. Ich fürchte, die Königin hat ihren Standpunkt ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, sagte Douglas mit einer subtilen Warnung in seiner Stimme. Am besten treten Sie zur Seite und lassen uns mit dem Foto fortfahren. Harry, dessen Gesicht vor Verlegenheit gerötet war, hatte keine andere Wahl, als nachzugeben. Als die anderen Prominenten ihre Plätze einnahmen, wurde Harry kurzerhand weggeführt und musste von der Seitenlinie aus zusehen, wie das ikonische Foto ohne ihn aufgenommen wurde. Der Vorfall wurde schnell zum Gesprächstimmer des Festivals, und sowohl Besucher als auch Medien schwärmten von der öffentlichen Demütigung des Herzogs von Sussex. Viele spekulierten, dass Laetitias harte Behandlung von Harry ein gezielter Schachzug war, um sich und ihre prominenten Kollegen von den anhaltenden Kontroversen rund um den Reuel zu distanzieren. Königin Laetitia ist für ihren tadellosen Sinn veranstand und ihr unerschütterliches Engagement für die Wahrung der Würde der spanischen Monarchie bekannt, sagte königliche Kommentatorin Olivia Montague. Indem sie Harrys bitte ablehnt, sich dem Foto anzuschließen, sendet sie eine klare Botschaft, dass sein angeschlagener Ruf in ihrem engsten Kreis einfach nicht willkommen ist. Die Brüskierung ist ein weiterer Schlag für Harrys bereits angeschlagenes öffentliches Image. In den letzten Jahren wurde der Herzog mit einer Flut negativer Schlagzeilen konfrontiert, von seiner erbitterten Trennung von der britischen Königsfamilie bis hin zu seiner anhaltenden Fäde mit seinem Bruder, Prinz William. Seine Entscheidung, von seinen königlichen Pflichten zurückzutreten und mit seiner Frau Meghan Markle in die Vereinigten Staaten zu ziehen, hat auch den Zorn vieler Tradition Alistin auf sich gezogen, die darin einen Verrat an der Monarchie sehen. Harry ist in bestimmten sozialen Kreisen so etwas wie ein Paria geworden, sagte die prominente Journalistin Sofia Fernandes. Sein ständiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und seine Bereitschaft, die schmutzige Wäsche der königlichen Familie zu lüften, haben viele Menschen öffentlich verärgert, darunter auch prominente Persönlichkeiten wie Königin Letizia. Der Vorfall beim Atlantia Mallorca Festival wird Harrys Ruf als Unruhestifter und Belastung für diejenigen, die ihr eigenes makelloses öffentliches Image wahren wollen, mit Sicherheit weiter festigen. Es bleibt abzuwarten, ob es dem Herzog gelingt, sein Image wieder herzustellen und den Respekt der globalen Elite zurückzugewinnen. In der Zwischenzeit wird das ikonische Foto von der Veranstaltung als bleibende Erinnerung an Harrys Demütigung dienen, ein visueller Beweis für die Kluft, die jetzt zwischen dem in Ungnade gefallenen Roll und der glamourösen Welt der internationalen Berühmtheit besteht. Während das Festival weiterging, sonnten sich die hochkarätigen Gäste im Rampenlicht, posierten für endlose Fotos und mischten sich unter die begeisterte Menge. Harry wurde unterdessen an die Seitenlinien verbannt, ein Zuschauer des großen Spektakels, bei dem er unbedingt dabei sein wollte. Die Botschaft war klar, im seltenen Bereich der globalen Berühmtheit gibt es keinen Platz für Leute wie Prinz Harry. Man hatte ihn fest in seine Schranken gewiesen, ein warnendes Beispiel für die Gefahren eines geschädigten Rufs und die Folgen, wenn man bei der Elite in Ungnade fällt. Während die Sonne über einem weiteren erfolgreichen Atlantia-Mallorca-Festival untergeht, richtet sich die Aufmerksamkeit der Welt auf etwas anderes und lässt Harry über den bitteren Geschmack seiner öffentlichen Demütigung nachdenken. Es war ein Moment, der zweifellos allen, die ihn miterlebten, im Gedächtnis bleiben würde, eine deutliche Erinnerung an die Flüchtigkeit des Ruhms und die unnachgiebige Macht der gesellschaftlichen Stellung.